Mein Wunsch für die Jeunesse in 2023 und für später, ist es, dass sie sich erheben, dass sie sich bewegt und dass man sich die Dinge verändern kann. Mein Wunsch für die Jeunesse ist wirklich, dass es immer noch mehr Veränderungen gibt. Dass sie, trotz der aktuellen motiven Herausforderungen, optimistisch in die Zukunft blickt. Ich wünsche ihnen viel Glück in allen ihren Projekten. Dass es ihnen so geht, wie es uns früher ging. Du Courage et de la Résilience. Eine Erfahrung im anderen Land machen zu können. C'est qu'il y a une prise de conscience collective des enjeux écologiques. C'est de croire en nous, de croire en vous, d'atteindre vos objectifs. Et même s'il y a des échecs, ça fait partie de la route vers le succès. Dass sie sich selbstwirksam entfalten kann in den künftigen Jahren, Jahrzehnten. Oser entreprendre des Projets, parce qu'ils sont capables de faire beaucoup de choses. De pouvoir toujours voyager, découvrir d'autres cultures. Dass sie zusammen an einem Strang ziehen, um ihre Belange und Wünsche und Hoffnungen doppelt und dreifach und zehnfach Gehör verschaffen. Vive l'amitié franco-allemande!